Ich stelle mich jetzt auf die Linie, dass der nicht reingehen kann. Der Stoß wird ausgeführt. Ja! Ey, direkt speichern, aber mit Wiederholung. Der wäre aber nicht reingegangen. Der wäre nicht reingegangen. Aber so ging er rein. BAM! Unten. Boah, stark, stark, stark. Nein, scheisse! Oh, ja, 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 ja! Haaa! Ey da... Jaaaaa! Ey, das wieviel Gammeltor war das denn heute, dass das so'n Scheiß entstanden ist? Das hatten wir bestimmt heute schon dreimal. Ja sowas hatten wir heute schon öfters. Aber das vorhin von Wotan, wo der mit dem Torwart auf dem Boden rumlag, das war noch... Der kleine Fabi ist voll aus Kopfballungeheuer. Guck mal, Demichelis hat nicht gehalten. Ganz recht, dann könnte ich ein Kopfballtor machen. Ich war es zwar nicht, aber es ist okay. Da hab ich schon wieder unser Kopfballungeheuer mit seinen 1,60m. Boah, das war gut gemacht jetzt, das war richtig gut. Laufbahn. Schieß! Ja! Ja! Ey, aber... Mal ohne Scheiß, das war richtig geil, dass der nicht das Abseits gezählt hat, weil ich immer einen Schritt zurückgegangen bin. Gucken wir uns gerne. Ja, stimmt, Fahr wieder hin. Boah, der war stark, der war stark, der war stark. Schöne Flanke! Guck mal hin! Ja! Ja! Hohohoho! Boah, was ein Tor! Guck mal, ey, wie Oli Bierhoff, 1996! Guck's mir nochmal an! Oh, direkt hier! Ja, Kreistaste reicht auch um! Frag mal Rübe! Der hat mal 3 Elfer gegen mich bekommen! Obwohl ich nichts gemacht habe! Ja! Ja! Da sagt er... Da sagt er zu mir, was machst du denn da? Boah, der hat echt Rübe noch angeschossen! Zeit, um den Nicht Abstieg zu vermeiden. guck mal wie ich da mich durchsetz einfach mal so hat keiner mit gerechnet aber wie schlecht der schuss eigentlich war ich dachte eigentlich der verhungert gelb gelb lauf fabi jetzt nein doch was ein geiles spiel jetzt vielleicht meine flanke runter oder so das gibt es nicht das gibt wieder so das kommt auf jeden fall auch ins video guck dir diesen überragenden torwart an und vor allem wie ich noch noch mal als was macht komplett defensiv noch mehr alter willst du mich verarschen ja das war auch das gibt es doch gar nicht den macht aber auch nur 90 hier den lupfer ach komm ist das lächerlich ich mache das gleich mal wobei ich wollte eigentlich ins tor gehen ach lutsch ey ist klar willst du mich verarschen ey du behinderte 45 minute ey der torwart man das gibt es doch gar nicht vielleicht ist das rot weil wir rote trikots haben ist klar die kommt einmal vors tor ey wir haben drei chancen geht hier doch echt schon wieder alles hier wie die dortmund verteidigung ja guckt euch noch fünf haben die einen festen torwart ach komm ey jetzt machen die hier so einen kack da wieder ooooh also das kommt auf jeden fall auch hier in die kategorie der kuriosesten tor heute ist das ein lachhafter scheiß ey ist das ein lachhafter scheiß ey zum glück hab ich das zum glück hab ich guck mal rüber gibt es eigentlich noch den mcdonalds bringdienst bei euch cool ja osnabrück hat sowas klasse geklärt vom abwehrspieler dann freut sich natürlich auch der torwart kostet dann 40 euro bringen oder was alter ist das eine grütze hier wieder ey da kriegst du einen zu viel die gleiche scheiße wie gestern guck dir das an ey das das findet direkt wieder den weg hier in die kategorie von von gestern in scheiße einfach man guck mal ey da siehst du richtig meinen spieler wie er sprachlos ach man ey hallo kann man auch echt mal pfeifen hier ich stelle mich mal auf die linie ich kann grad gar nichts machen irgendwie ich auch nicht ja 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 hallo wir waren 4-2 hinten wir haben gewonnen rüber heult vor und ich freue mich weil wir gewonnen haben wie blöd sind die denn was ist daran blöd wir waren 4-2 hinten jetzt haben wir gewonnen oder wie gargamehl hallo äh 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 ja haben wir kollega im tor der hat die frisur von dem Alter, 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 Alter Ja, Elfer Was? Was krieg ich denn jetzt? Was hab ich denn gemacht? Alter, warum? Ey, für was denn? Ey Ich renne mal hoch, falls irgendeiner rankommt, damit ich noch ein Tor machen kann Boah, der Torwart von denen ist da, nach vorne, ich stehe oben frei Flieg, flieg, flieg Nein, nein, nein Oh ey, wie bitter Das kann aber echt an Twitch liegen Lauf Teddy, lauf, 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 lauf Mach ihn, mach ihn, er macht, nein, 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 scheiße Und er hat schlechte Ballannahme Der Ali Abdelkallik Der Deutsche, eingedeutscht Okay Bis zum nächsten Mal.